Das ist ein Wunderkontakt. Und da sagt man, in Formen sagt man, wir müssen da vorbeinwerden. Jetzt ist einfach rausgekommen. Ich bin an die Wuchter und sagte, das ist ein tolles reingetroberliches Flugzeug. Aber im Ernst, es ist wirklich ein süßes Pass. Aber wir gehen gerne nach Formen und kommen. 40 Euro für die Superkonti. Wer bietet 40 Euro? Ein Klassiker. 40 Euro für die Superkonti. Sehr schön. Wer sagt, komm mal? Ein Klassiker. Klingt mal. Die Kondi wird 40, jede Klassiker. 45 Euro. Wie man normalen 50 Euro. So wird 50 Euro. Und sehen, wie jemand wieder streckt. 45 Euro. Und dann sind wir bei 40. Sieht aus, sie wird ein Wuchtsgeschäft machen. Aber sie dürfen sich gerne jemand herkennen, dass sie wissen, was sie kenne. Sagt jemand 50. Ja, das ist 50 Euro. Das ist 50 Euro. Das ist 50 Euro. Das ist 50 Euro. 50 Euro. Das ist die Gänze. Sagt jemand 55. Guck mal, ich habe die Gänze, das ist die Leute, die wir. Sie sagen, das braucht jetzt eine Klassiker. Die Gänze haben die Gänze. 50 Euro. Das ist die Gänze. Für die Superklasse. Das ist die Gänze. Und die Gänze haben die Gänze. Die Gänze haben die Gänze. Und zum dritten. 50 Euro. Verkauf? Ja, 50 Euro. Vielen Dank bei den ganzen Gänze. Und viel Spaß mit dem Gänze. Schmink jedes Konzept. Vielen Dank.